hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zum neuen video von uns mein name ist der buddha und wir sind die snillers gilt und wir machen hier auf youtube videos rund ums thema web 3 nft gaming und airdrops heute liebe leute die kombination aus gaming und airdrops denn falls ihr es verpasst habt entweder bei ztx bei big time oder bei peril mitzumachen damit zu mitten oder auch schon zu spielen und da wirklich hunderte bis zu tausend von dollern durch die finger gegangen sind dann ist das genau das richtige video heute von uns ich stelle euch nämlich heute fünf projekte vor wo ihr kostenlos oder aber auch mit deren nfts von deren angekündigten airdrop von dem toten sozusagen auch profitieren könnt und da habe ich eine liste zusammen geschrieben auf twitter und die wollen wir heute einmal durchgehen also viel spaß beim video wir sind auf meinem twitter ihr findet mich da buddha 17 17 meine lieblingszahl meine glückszahl oder auch unter meinem namen da buddha punkt ron ron weil ich einfach riesen fan bin vom ronen network aber dafür habe ich ja schon andere videos gemacht heute soll es ja um airdrops geben im gaming bereich und falls ihr es nicht verfolgt habt oder mich auch nicht mit ihr verfolgt habt und bei ztx von noch nichts gehört habe checkt es auf jeden fall aus ist ein geiles projekt genauso natürlich auch big time big time gaming war vor zwei jahren der mint habe ich auch mitgemacht damals base gemintet und auch hier gab es jetzt wirklich einen neuen token der released wurde wo leute rich geworden sind geisteskrank also wirklich leute die es täglich gespielt haben haben hier heftig davon profitiert es ist jetzt auch wieder viel hype da gerade bei big time muss man aufpassen jetzt den token selber nachkaufen würde ich nicht empfehlen aber wenn man hat hier gespielt hat hat man auf jeden fall hier stark profitiert von und genau das gleiche auch bei parallel ist auch so ein sci-fi universum spiel sozusagen auf der blockchain aber darüber soll es heute gar nicht gehen es soll um die neuen spiele gehen die in zukunft kommen da habe ich hier bei twitter wie gesagt ein thread gemacht guckt ihn euch auch noch mal im nachgang an ich habe es hier wirklich alles immer zu beschrieben wir gehen das ganze einmal in ruhe durch als allererstes geht es um bloggames falls ihr es noch nicht gehört habt auch einfach mal googeln einfach mal bei twitter auf deren seite gehen hier ist es so dass der momentane nft preis den habe ich ja auch mal mitgelistet sind wir bei 0,09 ethereum also relativ günstig und wenn man hier dieses nft halten wird wird man auch deren bereits angekündigten token bekommen wir sehen sie unten wir haben den dice reveal sozusagen das war auch mit eins der nfts die man hier mitten konnte dann ein secret milestone wo man vermutet dass das dann der launch ist von dem token und der dann auch hier in der ersten season sozusagen geairdroppt wird genau also einfach sozusagen wenn man hier versuchen möchte den airdrop mitzunehmen sich ein nft holen und das ganze dann auch ausprobieren natürlich jetzt ende des jahres also in der phase 3 wird dann das produkt gelauncht und da würde ich auf jeden fall ausprobieren denn auch dadurch durch das engagement das kennen wir ja von vielen anderen airdrops wird man natürlich dafür auch ja sozusagen berechtigt genau und sie werden auch so und ich habe jetzt mal so ein empfehlungsprogramm rausbringen also nimmt daran auf jeden fall auch teil lasst euch einen link erstellen zeigt es euch euren freunden macht auch ein thread drüber und dadurch natürlich habt ihr auch mehr chancen hier noch an dem airdrop teilzunehmen genau gucken wir uns das zweite game an das zweite game ist age of dino hier kann man sich auf eine whitelist setzen lassen um kostenlos das nft zu mitnehmen das würde ich euch so oder so empfehlen weil das projekt auch echt cool aussieht ich habe ich das ganze hier mal verlinkt sozusagen wo man an der kampagne teilnehmen kann und genau man kann dann auch das spiel sozusagen spielen um gewisse herausforderungen sozusagen zu erreichen da auch wieder engagement und natürlich auch eine höhere wahrscheinlichkeit um deren eigenen token d am zu bekommen habe ich euch ja auch einmal verlinkt age of dino ist auch echt ein mega cooles projekt bin fan von und genau ich war früher auch immer wollte ich immer mein einer ersten jobs vielleicht so kleiner random side fact ich wollte immer dino forscher werden deswegen hier auch auf jeden fall ein sehr starkes projekt kann ich nur empfehlen guckt euch das auf jeden fall an ob er da auch lust drauf habt und kostenlosen minden nehmen wir sowieso immer gerne mit von daher und wenn wir dann auch noch den token mitnehmen können auf bnb blockchain das machen wir sehr gerne ab zum nächsten spiel als drittes spiel haben wir hier schrappnell hier jetzt wiederum muss man auch wieder ein nft besitzen hier sind wir bei einem preis momentan von 0,1 ethereum bisschen teurer aber kann sich immer noch auf jeden fall lohnen strap mail auch wirklich schon sehr großes projekt ich glaube wir haben hier über 100.000 follower auf deren twitter wo sind wir da genau 125.000 follower hat sogar schon genau auch ein echt mega cooles spiel und hier war es so tatsächlich dass im letzten mai habe ich es ja auch hier geschrieben gab es bereits einen snapshot gemacht wurde sozusagen ein screenshot davon welche wallet gerade wie viele nfts besitzt und dann sozusagen diese wallets auch einen airdrop von den token bekommen haben und hier ist die vermutung in der community dass es wieder dazu kommen wird besonders dann bei den frühen spieltestern und da kann man dann natürlich auch daran teilnehmen wenn man das nft hat von daher auch hier wirklich gute chance dass hier ein weiterer airdrop kommt die sky arch chroniken oder auf englisch gesagt sky arch chronicles habe ich euch hier auch in dem thread einmal verlinkt deren internetseite jeder der ein bisschen anime fan ist wird hier auf jeden fall großen spaß dran finden das ganze wird auch auf android us pc und natürlich auch noch als apk auch noch gelauncht kann man sich jetzt sozusagen pre register würde ich euch auch empfehlen denn wenn wir es uns angucken leute die ihren namen ihre e mail adresse und ihre wallet adresse hinterlegen haben eine chance ein nft oder sogar für den token gewaltliste zu werden also hier an der stelle ist es auch wieder bestätigt auf jeden fall einfach mal e mail adresse und die wallet adresse hinterlegen dann dennoch bei twitter folgen und dann wird man immer up to date bleiben und an sich sieht das spiel für mich auch vielversprechend aus und zu guter letzt haben wir die 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 leps spiele oder auf englisch genannt die leps games da kann man sich auch momentan ein nft holen für 0,08 ethereum also das günstigste was wir jetzt heute vorstellen und genau da kann man auch ans spiel sessions teilnehmen die haben bereits ein spiel gelauncht hier ist es wiederum so es handelt sich um ja ein network auch mehrere spiele drauf kommen und das allererste ist die leps racing star wo man schon spielen kann und auch hier in dieser die leps spiele welt sozusagen wird es ein token geben und ja aber natürlich frühzeitig dann teilnimmt und hier schon auch spielt und aufgaben erfüllt spielbezogene aufgaben dann wird es hier ein token geben und den wird man auch geairdropt bekommen und das ganze wurde nämlich auch schon in einem twitter space also für die leute die nicht wissen was ein twitter space ist das so ein live session wo man zuhören kann also nur wirklich per audio oder genau auch mitreden kann fragen stellen kann und in dem twitter space wurde das halt eben bestätigt genau ja liebe leute das waren auch schon meine fünf spiele die ich euch empfehlen wollte ich habe weitere fünf in der pipeline also wenn es euch gefallen hat schreibt sie mir bitte unten in die kommentare rein dann habe ich fünf weitere für euch dann wird das hier ja vielleicht auch eine sache die ich immer mal wieder mache empfehlung sozusagen für ihr airdrops ausschreibe was gerade gaming angeht im web3 space und ja falls ihr noch fragen auch dazu habt oder falls irgendwas nicht klar war schreibt mir einfach unten in die kommentare rein ich würde mich auf jeden fall für ein like freuen und auch für ein follow auf meinem twitter ist auch für euch nice einfach dass man hier kann man noch schneller mit mir interagieren ich bin ja jeden tag den ganzen tag auf twitter unterwegs und von daher kann man mich hier gut auch erreichen also liebe leute ich wünsche euch noch einen schönen tag und viel spaß beim nächsten video und wie immer bis dahin save the planet